Hier haben wir so den Cerral-Bahn an der Collins Avenue, ein schönes Großes, erster Reihe am Strand, gegenüber Shopping-Malls und man kann einfach mal schön der Collins Avenue hoch und runterlaufen. Direkt an der 18. Straße und an der 16. Endet Lausch und Greif. Kann man abends schön zu Fuß, kann man hier losgehen.